Und die Banken, die verstaatlichten Banken verfügten über Industriebeteiligungen mit ca. 70.000 Beschäftigten. Also Kreditanstatt und Länderbank, Steyr-Teimler-Buch, Semperit, Andritz, Leicam und so weiter, das waren ja die Industriegiganten der damaligen Zeit und da waren so ungefähr 70.000 Menschen beschäftigt. Nicht viel weniger als in der eigentlichen verstaatlichten Industrie. Die dann später zur ÖAG kamen, also auch das kennen Sie, die Vöster Albine und Schöller-Bleckmann und Amag und so manche andere. Und das waren weit über 100.000 Beschäftigte, ich glaube 110.000 oder 120.000 Beschäftigte. Das heißt also, die österreichische Wirtschaft und die österreichische Industrie war sehr ausgerichtet auf eine starke Komponente öffentlichen Eigentums und auch auf eine starke Komponente einer Wettbewerbsabschottung gegenüber ausländischen Mitbewerbern. Man sagt also geschützter Sektor, offener Sektor. Wir waren in vielen, vielen Bereichen im geschützten Sektor. Und in dieser Zeit war es notwendig, aufgrund des internationalen Wettbewerbs und aufgrund einer vollkommen einfachen Überlegung, dass nämlich der österreichische Markt mit damals 7,7 Millionen Einwohnern ein zu kleiner Markt war, um wirklich zu expandieren und die Beschäftigung zu sichern. Also die Hauptaufgabe war, schrittweise zu öffnen. Sie werden sich ja viele von Ihnen, nicht alle, nicht alle sind, in der Generation, und Sie erinnern, dass das in Österreich eine nicht willkommene politische Angelegenheit war. Weil sehr viele Menschen haben gesagt, das ist doch angenehm, wenn wir hier hinter unseren hohen Zäunern in Ruhe leben und arbeiten können. So, das ist also, wenn man so will, nicht ein Höhepunkt, aber doch ein Schwerpunkt. Ein prägerer Punkt, ja. Vielen, vielen Dank. Nachdem jetzt schon sehr viel verstaatete Industrie- und Wirtschaftspolitik auch vorkam, möchte ich jetzt gleich mit Ihnen, Herr Mautosak-Letsche, weitermachen. Ich würde Sie einerseits, um Ihren persönlichen Bezug zu Pflanz-Vernizke bieten, andererseits aber auch ein bisschen einen Einblick zu geben. Sie waren ja langjähriger Spitzenvertreter der Sozialpartnerschaft. Wie war dieses Verhältnis schon mit dem Bankmanager und Finanzminister? Und was verbinden Sie dann mit der Ehre von Ranitzky später? Herr Ranitzky, verbinde ich eigentlich die schönsten Erinnerungen, in die es in Ihrem politischen Leben geben kann. Ein Vergnügen, mit einem Wandel wie Ranitzky zu arbeiten, der immer kühl und sachlich ist, dabei sich auch ein menschliches Herz hat, der immer Zeit gehabt hat, wenn man um einen Termin gebeten hat, der nicht herumgeredet hat und so weiter. Und ich muss sagen, in seine Ära fallen drei große politische Entscheidungen. Das eine war der Beifug zur Europäischen Union, das möchte ich sagen, war für mich der Höhepunkt in meiner politischen Anziehungsweise, in Karriere in einer Art Doppelfunktion, also politisch und medial und so weiter. Das zweite war eine hervorragende, starre Form. Und das dritte war sicher unter der Not der Ereignisse, der Mut, in der verstaatlichen Industrie neue Wege zu gehen, den Weg der Privatisierung und Internationalisierung anzutreten. Und das Ganze war immer von großer Sachlichkeit getragen und auch im Sinn der Sozialpartnerschaft. Als ich in die Industrielle Vereinigung eingetreten habe, das war im Jahr 1956, noch am Stalinplatz damals, die lustige Folge gehabt habe, dass wir einmal einen Brief gekriegt haben, die kann eine Organisation von Anführungszeichen, Kapitalisten Anführungszeichen, am Stalinplatz residieren. Wir mussten warten, die sind aufgrund der Ereignisse. Dort habe ich zwei Dinge gelernt. Erstens, Großkoalitionär zu sein und zweitens, unbedingt der Vertreter der Sozialpartnerschaft. Die Herren, die uns damals geleitet wurden, ich möchte sagen, auch unsere Lehrer waren. Ich habe mich immer dazu bekannt, dass der legendäre Dr. Mayer-Gunthof mit seinem ebenso legendären Generalsekretär Dr. Fetzer meine politischen Lehrer waren. Und die mir beigebracht haben, dass es keine Feindbilder zu geben hat, sondern dass man auch in der sozialistischen Partei den Partner zu sehen hat. Und das hat sich insofern auch ausgewirkt, als sich andeutete, dass mit Bruno Kreisky ein potenzieller Wahlsieger da ist. Die Industriellenvereinigung dank der Mitwirkung eines Wirtschaftsprüfers, damals Kommissionärin Friedrich Franz Ehrer, schon die Voraussetzungen geschaffen hat, dass in dem Augenblick, wo die Sozialdemokraten, also die Nummer eins waren, eine Gesprächsbasis da war. Und wir sind so erzogen worden, dass diese Gesprächsbasis das Fundament unserer Arbeit zu sein hat und dass in der Sozialpartnerschaft ein Prinzip herrschen muss, wie das Rabe mal formuliert hat, das kann es ihnen nicht zurbunden. Das heißt, man muss immer dafür sorgen, dass im asiatischen Sprachgebrauch zu sein, der Partner das Gesicht nicht verliert. Er muss auch seinen Anteil am Erfolg haben. Und ich kann mich erinnern, dass einmal auf dem Höhepunkt der Kampagne mit den Jonaswitzen, ein aristografischer Mitarbeiter unseres Hauses, dem Präsidenten Mayer-Gundhoff, gesagt hat, Herr Präsident, kennst du den neuesten Jonaswitz? Mehr hat er nicht gebraucht. Der alte Mann, der Mayer-Gundhoff, hat eine Stimme wie ein Löwe gehabt. Er hat gebrüht, dass das Fundament gezittert hat. Ich kriege heute etwas nicht höher hinaus mit dir und so weiter. Ich gedulde nicht, dass der Bundespräsident beleidigt wird. Sonst sind wir erzogen worden. Wir wurden nicht zum Hass auf die Roten erzogen, sondern zur Mitarbeit. Und für uns war es keine Überraschung da. Wir haben im Jahr 1970 tatenlos den Übergang geschafft. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich Freude damals, ich habe mir die Leitartikel geschrieben und war ein Großtreiter. Das hat mir richtig Freude gemacht, darüber nachher einzutreten. Das Zweite war, ich meine so ein bloßere Ereignis, ich möchte es sagen, in meinem Leben war der Abend der Volksabstimmung zur Europäischen Union. Und ich bitte, Sie können jetzt lachen, als das Resultat durchgekommen ist, hatte ich geheult. Weil ich mir gedacht habe, jetzt lohnt sich der Einsatz durch Monate oder durch Jahre. Denn die Wahl haben wir nicht mit Plakaten und Fernsehen, sondern mit dem Kontakt im Volk gehabt. Meine Damen und Herren, ich bin durch Jahre zwei bis drei Mal in der Woche herumgefahren. Ich kenne alle Volksbanken, ich kenne auch alle Nassräume auf den Autobahn statt zu. Aber ich habe es mit Sinovac gehalten, ich habe immer gesagt, ich möchte im eigenen Bett schlafen gehen und aufwachen, auch wenn ich um halb zwei nach Hause gekommen bin. Das hat die skurrischsten Volken gehabt, nicht wahr? Da sind die Trankenkappellen aufmarschiert in irgendeinem Dorf, dann ist einer gekommen, bei einer Volksbank, sie müssen einen Hunger haben, wenn sie nach Hause kommen. Da aus dem Wagen haben sie einen großen Leib Brot, eine Stapfsflasche und ein Gesächtnis, das braucht der Mensch zu pflegen. Und dort ist über das gesprochen, was die Menschen bewegt. Und die haben gesagt, es werden welche in Straßengraben liegen bleiben. Es ist kein Blumenmarsch. Nicht nur, dass man reingeht und so alles löst sich, aber man muss sorgen, dass die auch abgefedert werden. Und dieses Bekenntnis zu Europa leitet mich auch heute und lässt mich manche Blödheit der Europäischen Union vergessen, aber nicht mehr so ernst zu nehmen. Und ich glaube, wenn ich das sagen darf, wenn ich in die Reihe blicke, diesen Direktkontakt mit den Menschen, hat auch etwa die Frau Botschafter noch und die immer geheult worden, immer jemand anruft, sagt, wir brauchen einen Redner. Auch die anderen Parteien, da sagt man, da ist jemand noch, die wird schon gehen. Und das ist es. Wir brauchen Leute, die auch für diese Idee eintreten und mit verständlichen Worten und nicht mit diesem schrecklichen Kommissionsdeutsch. So wie halt die Menschen reden. Die Frau Wabert ist die Frau Wabert. Die Frau Wabert ist die Mehrzahl. Da muss man Rücksicht nehmen. Ich nehme an, darüber werden wir noch reden. So ist es, ja. Ich möchte nur an der Stelle, damit ich es nicht in Vergessenheit gerät, Herr Professor, der Meier-Gundhof, also ich war schätzungsweise 35 Jahre alt und wurde in gewisser Hinsicht als Mitarbeiter im Finanzministerium von Meier-Gundhof entdeckt. Immer wenn es eine wirtschaftspolitische Aussprache gab oder andere Fall, ist der auf mich zugekommen, wo ich mich mit irgendeinem Thema konfrontiere. Und einmal, und der war, ich war 35, er wird gewesen sein, vielleicht 65, 67, und er hat mich mit einem Thema konfrontiert und ihm ihm meine Meinung gesagt hat und er hat gesagt, na, da bin ich ganz anderer Auffassung, aber wahrscheinlich muss man erst ein gewisses Alter erreicht haben, damit man das so versteht wie ich. Ich war natürlich beleidigt. Ich war beleidigt und habe gesagt, aber Herr Präsident, jetzt sagen Sie mal, wie muss ich das verstehen? Sagt er, ich habe Anton Bruckner auch erst mit 60 verstanden. Das Zweite, das Zweite, die Europa-Abstimmung und so weiter, wir werden aber schon wieder... Ich hoffe, wir werden noch kommen. Gut, dann behalte ich mir das vor, weil, das muss auch gesagt werden, wir werden als strenger, als strenger, die Diskussion sein. Nein, 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 nein. Wir können aber schon noch vorgreifen, ich würde gerne Sie... Frau Kammer-Schau, ich würde gerne Sie so etwas einbinden. Ich werde jetzt noch ganz kurz nochmal zur Person kommen, wer hat es schon gehört, für etwas einzutreten, Haltung zu zeigen. Sie haben einmal im Interview gesagt, Sie sind ein politischer Mensch zwischen den übergeordneten Sieben, aber Sie wollen nicht auf jeder Suche der Schnittlaufe halten. Daher würde ich sagen, es ist ein Beitrag, den Sie über Franz Pranicki als Weggefährten geschrieben haben, nicht etwas selbstverständlich für. Was hat Sie dazu bewogen, sich mit der Person Pranicki, mit seinen Aussagen, mit seinen Taten zu befassen und welche Entdeckungen haben Sie dabei gemacht? Also in all diesen Fragen, die die beiden Herren immer so beherrschen, in den Wirtschaftsfragen, dürfen Sie sich ganz offen zugeben, bin ich einfach nicht wirklich kompetent, wenn ich so vieles nicht kapiere, dass ich mich nicht informieren möchte, aber da ist bei mir irgendetwas nicht so, dass ich es... Aber die Atmosphäre oder was dahinter steckt an Menschlichem, das kann ich dann immer ganz gut kapieren. Also auch in all diesen Themen, die zur Wirtschaft, die zu Finanzproblemen führen. Aber für mich war gerade unter Pranicki etwas so klar, dass da jemand mit aller, aller Sicherheit gegen den Rechtsradikalismus ist, gegen die faschistoiden Strömungen, die auftauchen, dass man sich dessen wirklich bewusst sein kann, da passiert nichts. Da gibt es kein Liebäugeln, kein Gornix. Und das war damals eben diese wirklich für mich schmerzliche Zeit, sich gegen Haider zu wenden. Man merkt ja jetzt immer mehr, wie sehr das alles gestimmt hat, wo man doch immer dann gemeint hat, dann bitte übertreib mich zu irgendeiner Person, der ist eigentlich sehr scheid. Und das war einfach für mich ein Ausdruck dessen, was ich als kleines Kind ja irgendwie mitbekommen habe. Ich bin 39 geboren und mein Vater war ein Nazi und mein Vater war kein böse Nazi, aber war einer. Und ich habe diese Qualen auch meiner Mutter und wie mein Vater dann einfach irgendwann mal auch an die Front gegangen ist und so. Ich habe das schon als kleines Kind sehr miterlebt und hatte, das hat jetzt wenig mit dir zu tun, aber ich hatte im Gymnasium, das war mir sehr wesentlich und das muss ich erwähnen, in meiner Generation eine Geschichtsprofessorin. Also mir sagen alle, die so alt sind wie ich, sie haben nichts gehört von mir. Also da hat irgendwann mal der Geschichtsunterricht aufgehört und dann würde keine Erwähnung. Diese Geschichtsprofessorin hat uns wirklich bis hin zu Schmalfilmen alles und jedes erzählt. Das hat eine solche Bestürzung hervorgerufen, wo wir nicht nur bei den Mitschülerinnen, sondern auch bei den Eltern, aber unsere Direktorin war Dr. Stella Kleinöp, das war eine jüdische Abgeordnete. Und deswegen durfte unsere Geschichtsprofessorin, also das als Vorgeschichte, warum ich ein so vehementer Antifaschist geworden bin, schon in ganz jungen Jahren und da mit meinen Eltern das durchdiskutiert habe. Also ich musste das später gar nicht mehr mit meinem Vater klären, weil das konnte ich schon in der Schulzeit tun. Und für mich war diese Sicherheit in der Zeit, dass Bramitzki unsere Bundeskanzlerin war, dass da wirklich auch nichts passieren kann. Weil was mich immer erschreckt, ein Liebäugeln nach rechts, nach rechts außen, die Sache so in einem, ja übertreiben wir halt nicht oder so. Also das so zu sehen. Also in dieser Entschiedenheit habe ich mich sicher gefühlt und ich hatte auch immer den Eindruck, als überzeugte Sozialdemokratin, ich war nie in der Partei, aber ich hatte das Bewusstsein in einem wirklichen Sozialstaat zu leben, was ja auch jetzt sehr angegriffen wird und wo man sehr aufpassen muss, dass das nicht röckelt. Und habe bei aller Kritik, und das tue ich eigentlich bis heute auch ein bisschen, Österreich als ein gut regiertes Land. Österreich ist doch auch jetzt, und das fußt auch dieser Zeit, ist auch jetzt vergleichsweise ein Land, in dem man noch leben kann. Es hat alle Gefährdungen, auch die Schere zwischen Arm und Reich, also das ist das, wo Sie später werden. Aber gut, also das war mein großer Bezug, mein politischer in dieser Zeit und das, was Sie meine Haltung und so weiter nennen, das war immer meine Haltung gegen jede Form von faschistischer Einstellung von rechts außen. Und vor allem habe ich mich immer sehr gefreut, wenn in der politischen Landschaft Politiker bei sich waren. Denn ein Politiker, obwohl er natürlich einer Partei zugeordnet ist, immer bei seiner persönlichen Haltung bleibt. Und das muss auch ein Künstler bei seiner persönlichen Haltung bleiben und nicht in seiner Karriere oder anderen Bestrebungen folgen und sich selber verbiegen. Also das ist eigentlich auch mein Bezug in eine politische Landschaft zur Politik hier. Zu dem Thema nicht verbiegen, bevor wir dann auf die ganzen Themen kommen, die schon ein bisschen angewiesen wurden. Ich möchte noch einen Eindruck, den Sie auch bei vielen hinterlassen haben, kurz ansprechen, nämlich die Erklärung vor dem Nationalrat zur Verordnung Österreichs an den Verbrechen während der Nächste. Diese ganze Erklärung ist auch in dem von Ihnen verfassten Werk der politischen Erinnerungen auch im gesamten Nachweisbar. Ich möchte jetzt nur, auch im Sinne der Zeit, einen ganz kurzen Absatz lesen, nämlich den bekanntesten Satz daraus. Das ist im Prinzip die Konklusion daraus. Wir bekennen uns zu allen Taten unserer Geschichte und zu den Taten aller Teile unseres Volkes. Zu den Guten wie zu den Bösen, so wie die Guten für uns in Anspruch nehmen, haben wir uns für die Bösen zu entschuldigen. Bei den Überlebenden und bei den Nachkommen der Toten. Herr Frau Witzke, haben Sie jetzt die Frage, eine umfassende und grundsätzliche Erklärung zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Ich habe Ihnen bewusst das Wort Aufarbeitung. Wie wurde diese Erklärung aufgenommen? War das eine unumstrittene, klare Erklärung, die Sie da auch von den Reaktionen her darauf erhalten haben? Wie kam es dem Ausland an? War das positiv, überwiegend positiv oder gab es da auch negative Stimmen? Unter dem Motto ist das notwendig? Ich habe vorauszuschicken, dass ich mit dieser Erklärung zeitgeschichtlich sehr spät dran war. In Wirklichkeit hätte eine solche Erklärung schon viel früher abgegeben werden müssen. Im Interesse einer klaren Identitätsfindung der Republik Österreich und unserer Bevölkerung. Aber was soll's? Besser später als gar nicht. Gehen wir zurück in das Jahr 1943. 1943 kam aus einer Konferenz der Alliierten aus Moskau die Meldung, Österreich sei das erste Opfer des Nationalsozialismus bzw. nicht des Nationalsozialismus, Hitler-Deutschlands gewesen. Durch eben die Usurpation 1938 und dessen, was wir heute Anschluss nennen. Und hinzugefügt wurde aber in der sogenannten Deklaration von Moskau, dass nach Behändigung des Krieges die wiedererstehende Republik Österreich auch alles zu unternehmen hätte, um von dieser Position erstes Opfer gewesen zu sein, auch wegzukommen. Punkt. Das Nachkriegs Österreich, also die Politik des Nachkriegs Österreichs, hat sich fast ausschließlich auf den ersten Teil dieser Deklaration bezogen und gesagt, wir waren das erste Opfer. Klammer auf, wir haben eigentlich nichts dafür gekonnt, klammer zu. Und das war über Jahrzehnte Leitlinie der österreichischen Politik. Ich habe dann, und wir sind weniger im Inland, wohl auch im Inland, aber doch auch im Ausland, kritisiert dafür worden, dass wir diese Position einnehmen. Und viele haben immer wieder darauf hingewiesen, schaut euch die Deutschen an. Die Deutschen sind ja die eigentlichen Träger des Hitler-Deutschlands. Und die haben sich sehr viel früher durch geeignete Erklärungen, zum Beispiel Richard von Weizsäckers, aus dieser Position emanzipiert und können heute, beziehungsweise damals, eigentlich einigermaßen reiner Gewissens über die Aufarbeitung ihrer eigenen Vergangenheit mit anderen Leuten reden. Wir haben das nicht gekonnt. Unsere Politik hat sich über Jahre und Jahrzehnte eben hinter dieser Opfertheorie zurückgezogen. Wir waren es nicht, wir können nichts dafür. Dann kam das Jahr 1991. 1991 waren wir konfrontiert mit den kriegerischen und kreuenhaften Auseinandersetzungen in ehemaligen Jugoslawien. Und im Parlament fand eine Debatte statt, wie wir mit diesen fürchterlichen Ereignissen in Jugoslawien umgehen. Und ich habe damals gesagt, und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mich da sehr bestärkt, das ist jetzt endlich eine Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass nicht nur in Jugoslawien, zwischen Quarten, Serben, Bosnien, Bosnien und so weiter, fürchterliche Gräueltaten passieren, sondern dass auch in unserem Land, wenn auch zurückliegend, fürchterliche Gräueltaten passiert sind und dass nicht die Republik Österreich kollektiv schuldig geworden ist, dass aber viele österreichische Staatsbürger, indem sie den Nationalsozialismus in der ersten Stunde aktiv unterstützt haben, schuldig geworden sind. Und um das ging es mir, zu sagen, nicht Österreich, keine Gesamtschuld, aber viele einzelne, viele Individualschulden. Und das zu verschweigen oder sich länger dahinter zu verstecken, schien mir als absolut unangebracht und sowohl moralisch wie politisch einfach verwerflich. Und man kann das auch an Beispielen sagen, also sehr beachtliche Nazi-Größen wie Lobotschnig, Eichmann, Kalpenbrunner und andere von Land-Oösterreichern. Und es ist mittlerweile historisch belegt, dass die deutschen Nazis, zumindest in der Anfangsphase, viel weniger fanatisch und viel weniger grausam gewesen sind als die österreichischen Nazis. Und die Pogromnacht, also 19. November, die war in Österreich, vor allem in Wien, aber auch in anderen Städten Österreich, in einer Zehnerpotenz grausamer als in vielen, vielen deutschen Städten. So, auf die Frage, wie ist es angekommen? Ich habe das damals schon festgestellt und sage das heute noch mit viel größerer Überzeugung. Im Großen und Ganzen ist es angekommen mit einer Art schweigenden Zustimmung. Nicht Himmelhobe, auch sehr selbstverständlich. Ich kann mir vorstellen, dass gar nicht so wenige auch beschämt geschwiegen haben, aber sie haben geschwiegen. So lang ist die Zeit damals noch nicht zurückgelegen. Und wir haben ja, ich erzähle Ihnen hier etwas ganz Tragisches. Wir haben in vielen Familien ja die Frage gehabt, war unser Vater, unser Klosvater womöglich dabei? Habt der anwachsende Jugend gefragt. Und wie, wenn er dabei war und es uns bisher nicht gesagt hat, wie haben wir zu reagieren? Man muss sich in eine Familie hineinversetzen. Mögen ihn wir deshalb nicht mehr? Oder mögen wir ihn weniger? Oder ist er trotzdem unser Vater oder Großvater? Wir lieben ihn, wir mögen ihn, aber irgendwie müssen wir damit zurende kommen. Ziemlich komplizierte seelische und moralische Auseinandersetzung. Es gab auch, ich gebe zum Beispiel, gab es in der Kronenzeitung einen Journalisten namens Nimmerrichter, der unter dem welthistorisch wichtigen Zeitung im Schladen geschrieben hat. Der hat gesagt, das war eine überflüssige Fleißaufgabe. Als ich das gelesen habe, habe ich immer auf die Kronenzeitung recht gehabt. Im Ausland ist es gut angekommen, Kostorodo. Und es war vor allem die Grundlage für zwei ganz wichtige Dinge, meine Damen und Herren. Ganz wichtige Dinge. Erstens, die Grundlage dafür, dass die Republik Österreich durch meine Erklärung und die anschließenden Erreignisse das Verhältnis zum Staat Israel normalisiert hat. Dieses Verhältnis war nicht normal, war nicht normalisiert. Es war von Vorbehalten und von unpassenden Erklärungen und fragwürdigen Zusammenkünften geprägt. Ich bin dann, das war 1991, 1993, nach Israel gereist. Und das war eigentlich ein, so sagen wir, ein Erfolgspart für uns, für die Republik Österreich. Und zweitens war diese Erklärung der Startschuss für später, Regierungen nach, wir haben das dann durchgeführt, für später durchgeführte Restitutionen und Gesen der, auch der materiellen Entschuldigung und Entschuldigung. Ich sage, absichtlich und nicht wiedergutmachung. Das, was den Juden in Österreich und in Deutschland in der Hitlerzeit angetan wurde, kann niemand gut machen. Das ist unmöglich. Aber es kann, man kann zumindest, und das ist geschehen, im Großen und Ganzen in einer akzeptablen Art und Weise, auch in einem akzeptablen materiellen Umfang, dass hier Gesten gesetzt wurden. Nicht alle Menschen konnten zufriedengestellt werden. Das ist wahrscheinlich auch ausgeschlossen und unwälschend. Also, es ist eine sehr lange Erfahrung, aber es ist mir bis heute wichtig und wird auch immer wichtig bleiben. Später aber doch. Darf ich da kurz etwas hinzufügen? Aber was mir immer auch so wesentlich wagen ist, dass neben der Vergangenheitsbewältigung es auch leider immer eine Gegenwartsbewältigung geben muss. Und die wird dann oft hintangestellt. Und in dieser Zeit, als du also die Regierung Österreichs quasi dargestellt hast, habe ich auch immer das Empfinden gehabt, dass auch das Gegenwärtige in irgendeiner Form immer beachtet wird. Ich glaube einfach, das ist so wesentlich, dass man jetzt aufpasst. Jetzt, weil wir haben immer aufpasst. Herr Professor Gretschel, Sie galten ja auch immer als ein großer Kritiker von Schwarz-Blau. Ein was? Ein großer Kritiker von Schwarz-Blau. Aus tiefen Überzeugungen. Aus tiefen Überzeugungen. Brechen wir auf. Ich möchte jetzt das Thema Schwarz-Blau gar nicht näher angehen, sondern würde nur unter diesem Stichwort der nationalistischen Tendenzen, das ist damit natürlich ergeben, auch ein anderes wichtiges Thema im Feld kommen, und damit die Brücke in die Gegenwart und auch in Zukunft schlagen, nämlich eine aktive Europapolitik. Ich gehe mal davon aus, dass Sie beide die Frage, gibt es eine aktive Europapolitik, wahrscheinlich nicht mit einem überzeugten Ja beantworten werden. Dennoch würde ich Sie gerne fragen, was muss passieren, um dieses Zukunftsthema Europa einerseits ins Bewusstsein der Bevölkerung, unter dem Stichwort Europa gehen uns alle an, zu stellen, andererseits aber auch in der Politik eine Stärkung des Politischen, und vielleicht auch auf europäischer Ebene zu realisieren. Ich glaube, das Ganze ist auch eine Frage des Denkens und der Gesinn. Wir denken ja nicht europäisch, und ich vermisse ja auch im wesentlichen Stehen und Namen, auch der kleineren Regierungspartei, dass das Wort Europa nicht vorkommt. Ich frage mich immer, was muss eigentlich noch geschehen, damit das dann, und wir haben, glaube ich, noch nicht begriffen, dass Europa eine übernationale Aufgabe ist, und dass wir in anderen Dimensionen denken müssen. Und das ist auch eine Frage der Bildung und der Schulung, und es wird auf diesem Gebiet viel zu wenig getan, und das geht nicht mit Broschüren und Ähnlichem, da muss man sich rausgehen und muss sich stellen, man muss mit den Leuten reden und so weiter, und ich stelle fest, geschränkt mitten in der Gesellschaft, die Ehre dort ein kleines Zimmer zu haben, mit dem Dr. Kinzel, der eben so fanatischer Europäer ist wie ich, dass wir eigentlich trotz aller Enttäuschungen, die wir vom Brüssel erleben, und trotz aller Blödheiten, die dort geschehen, die manchmal Haarstäube sind, an dieser grandiosen Idee, die von den Bürokraten manchmal zu Schaden geredet wird, festhalten. Und das erfordert einen festen Standpunkt, das erfordert ein historisches Bewusstsein, und die Klarheit des Denkens, nicht wahr, dass es ohne dieses große Europa nicht geht, da hat sich das offensichtlich nicht bis in alle Regierungsränge durchgesprochen, nicht wahr, und dagegen muss noch viel mehr geschehen. Diese Angst, das Wort Europa zu verwenden, auch in Parteien, die eigentlich eine europäische Vergangenheit haben, die ist es, die mich etwas besorgt stimmt. Aber hier muss man einfach den längeren Atem halten, durchhalten und immer wieder informieren, informieren, die Schattenseiten aufzeigen, aber die große europäische Idee, nicht nur vom ökonomischen Standpunkt zu sehen. Also wenn man Europa nur, ich meine, dass das Ganze nur eine Frage von Herr Westen ist, nicht wahr, die sich mit Details, also von Wehensmitteln und Ähnlichem beschäftigen, weil die Beamten dort offensichtlich nicht ausgelastet sind. Das muss gestärkt werden, dieses Bewusstsein, und das muss vor allem hineinfließen, in die Regierung, das Denken auf der Regierung, und nicht aus Angst, dass irgendein Medium da hört, ein Kontra gibt, nicht wahr, um diese Idee abzuschauen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in den Schulen beginnen damit, und ich stelle fest, dass in der jungen Generation eher eine positive Stimmung herrscht. Da ist etwas, was fasziniert, das ist eine internationale Dimension, man kann reisen und so weiter. Also die Basis wäre schon vorhanden, aber da kommt halt das Heute, und dann kommt die Grunde Zeitung und so weiter, und da beginnt dann die Angst, jeder zu verlieren, und das finde ich also äußerst gefährlich, und das macht mir Sorgen, und zwingt andererseits dazu, den persönlichen Einsatz für diese Idee in Wort und Schrift zu verstärken. Das Wichtige ist der direkte Kontakt, ich sage das immer wieder, bitte, es genügt nicht, dass immer dieselben drei Leute auftreten, wenn man anruft, das ist die Frau Nobottnil, und das ist der Sozo, und manchmal wird man auch in meinem Alter noch gefragt, dass man dazu zu sorgen hat, aber das ist zu wenig. Wir brauchen einen Kader von, weiß ich, 500, 600 Leuten, die im Stand sind, Diskussionen zu führen, und die bereit sind, auch die Mühe auf sich zu nehmen, nach Dich ins Bauschen zu fahren, sich dort der Öffentlichkeit zu stellen, und die Entscheidung fällt dort, bitte, an diesem Stand, am Ort, und das ist das, was wir leider Gottes in den letzten Jahren vernachlässigt haben, auch von Parteien, die von ihrer Geschichte her anders strukturiert waren, in der europäischen Idee, da ist viel zu viel Angst dabei, man könnte sich mit einem Chefredakte, einem Medium, verderben, und daher ist es besser, man redet über Europa nicht, sondern geht darüber hinweg, und das ist eine tödliche Gefahr, die überwunden werden muss, ich meine, ich habe kein Patentrezept, weil es gibt halt so wenig Leute, die sich dafür so einsetzen, wie es notwendig wäre, und das müssen natürlich auch die Regierenden, und meiner Ansicht nach, muss in jede große öffentliche, her- und europäische Dimension einfließen, und das ist leider Gottes nicht, aber bitte, das ist eine Frage, die sich die Politiker selber stellen müssen. Vielen Dank, ich will jetzt von Sie, Dr. Framitzki, die Frage, richten einerseits schon nach der aktiven EU-Politik, ich würde es jetzt aber auch bitten, als früherer Politiker, uns vielleicht ein Rezept anzubieten, wie man der Bevölkerung vermitteln kann, wie ein Mensch verstehen kann, der, ich sage jetzt einmal, die plakativen Beispiele, die die Bürokraten kennt, dass ein Engagement und ein Interesse für Europa auch in seinem eigenen Interesse ist. eine gute Geschichte mit den Rezepten, das ist was für Apotheker, das geht nicht so einfach, eins zu eins darzustellen, aber ich möchte, auch in Anregung an das, was der Herr Professor Glechel sagte, zwei Anmerkungen machen. Erstens, es gibt in der Politik so ein einigermaßen verbrenntes Wort, das heißt, wenn du in der Politik bist, das haben die Amerikaner gar nicht geprägt, you have to tell a story, du musst irgendwas anbieten, irgendwas erzählen, und wir haben nach, mit dem Beitritt, vor dem Beitritt, nach dem Beitritt, war unsere Story, und um mich jetzt nicht auf die Wirtschaft allein zu konzentrieren, das Friedensprojekt. Also, das 20. Jahrhundert von zwei fürchterlichen Weltkriegen geprägt, von einem Dritten Weltkrieg bedroht, und die Antwort der sechs Gründungsmitglieder, das Friedensprojekt. Soll und darf nie wieder passieren. Eine große historische Angelegenheit, ich bitte jetzt zu bedenken, die fünf, also Frankreich, Berlux und Italien, haben Deutschland mit einbezogen, und es ist ihnen gelungen, und den Deutschen ist es wieder gelungen, sich daran zu beteiligen. Das muss man wirklich in allen Verästerungen und Details verstehen, Deutschland zweifacher Begründer, zweier Weltkriege. Und war trotzdem, groß ist der Dienst, Adenauer hat kommen, trotzdem bereit, sich unter diesen Schild zu begeben, in der Montanunion, also die Geburtsstunde der europäischen Integration, was ja im Großen und Ganzen bedeutet hat, eine gemeinsame Beschränkung der deutschen Rüstungsindustrie, um nicht wieder aufzurüsten, um dafür in den Dritten Krieg gerüstet oder gewappnet zu sein. Eine unfassbare Vorstellung. Also, natürlich haben das die breiten Massen wahrscheinlich nicht so gesehen, aber das Friedensprojekt hat verfangen. So, jetzt gehen wir im 21. Jahrhundert, fast schon 2013, und haben es zu tun mit Generationen, die aufgrund des Erfolgs dieses europäischen Integrationsprojekts keine Kriege erlebt haben. Und für die ist jetzt das Friedensprojekt viel weniger attraktiv und präsent in ihren Köpfen. You have to tell a story. Eine neue, die nächste. Die Welt hat sich rasant, kolossal verhindert. Wir sind heute konfrontiert, und zwar mehr oder weniger unbemerkt, wenn man also nur sozusagen im österreichischen Mikrokosmos lebt, mehr oder weniger unbemerkt, haben sich China, Indien, Russland, USA, Kanada, Brasilien, Indonesien, Mexiko mit einer unfassbaren Bevölkerungsmehrheit auf den Weg gemacht, die Welt zu beherrschen, zu regieren, zu beeinflussen, etc. Auf jeden Fall für seine Art. Österreich. Wenn man einen üblichen Schulglobus hernimmt, kann man das Wort Österreich nicht damit draufschreiben, weil die dort vorgesehene Fläche zu klein ist, um das Wort Österreich draufzuschreiben. So, Wechsel, mehr als 500 Millionen Einwohner in der EU, mehr als in Osland, mehr als in den USA, mehr als in Brasilien, und nicht so viel wie in China und Indien, muss auch recht sein. aber was ist mit diesen 500? Sollen diese 500 jetzt der New Story verkümmern, dass die Chinesen und die Japaner nach Schönenbrunn herkommen und tausende Fotos schießen, dass sie ihre Jungen in die Wiener Musikakademie schicken und Geigenspielen zu lernen? Sollen wir immer nur die Abbauser sein von irgendwelchen Hightech-Entwicklungen aus Japan, aus USA oder sonst noch? Oder aber ist unsere Story, lasst uns doch das menschliche, das geistige, das charakterliche, kulturelle Potenzial der 500 Millionen und mehr Menschen nutzen, um in einem friedlichen, aber letztendlich auch erfolgreichen Netzbewerb mit den anderen, die ich vorher erwähnt habe, zu bestehen. Das ist in Wirklichkeit die Aufgabe. Jetzt kann man sagen, es interessiert mich eigentlich nicht, dass wir das Ganze klar, ob die teuer reingenspielen kommen oder zu den Salzburger Fähenspielen oder Salzburg. Also egal. Und ist aber nicht. Und jetzt komme ich, bin ich beim Herrn Professor, Entscheidungsträger kommt hervor, Europäische. zeigt uns den Weg, zeigt uns, wie wichtig und wie notwendig es ist, diese Story für uns selber zu erzählen. Und wir wissen, dass das viel komplizierter ist als die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir wollen nicht eingehört werden in einem Brei. Ich will kein Belgier werden, ein Belgier wird kein Sitz- Zivilianer werden wollen und der Grieche wird kein Läder werden wollen und so werden. Ist auch nicht notwendig, nur wissen muss man es. Und mit dem Thema fertig werden. Und wenn ich sage, Entscheidungsträger, ihr müsst natürlich ein sehr friedlicher und schöner Abend und es geht jetzt nicht um überkritische Anmerkungen, aber es gilt nicht gehen, ohne klare Bilder, die man den Staatsbürgern vorstellt und mit diesen klaren Bildern, mit denen man Allianzen bilden muss in Europa, so dass unsere Bilder, die wir vorstellen, nicht in friedlichem Kontrast zu den Bildern anderer sein. Und für die anderen gibt aber das auch wieder. Und da müsste ein Rubicon überschritten oder eine Hürde übersprungen werden und diese Hürde müsste heißen, vergessen wir, dass Europapolitik Außenpolitik ist, das ist Innenpolitik, Innenpolitik in Genuins der Form und Innenpolitik in dem Sinn, dass wir unsere Bevölkerung dafür gewinnen müssen. Und jetzt natürlich sagt der Professor mit Recht, es findet leider nicht statt, aber noch nicht statt, man kann es ja nur hoffen, dass es einmal stattfinden wird, aber zurzeit sind wir doch alle miteinander Zeugen, dass die politischen Entscheidungsträger der einzelnen Mitgliedsländer gefesselt sind von ihren innenpolitischen Zwängen und innenpolitischen Ängsten und innenpolitischen Vorbehalt und damit es nicht so abstrakt geht weiß ja jeder dass die Frau Merkel Griechenland nicht pflanzen lassen wird vor der deutschen Wahl weil sonst würden ja die deutschen Wähler sagen jetzt haben wir so viel eingezahlt und so viel Theater gemacht und so viel hin und her und am Schluss funktioniert es doch nicht daher muss Griechenland die deutsche Bundestagswahl auf alle Fälle auf den Beinern bleiben ich hoffe dass das auch weiter so sein wird aber parallel dazu kommen jetzt die Oppositionspartei die samt und sonders vielleicht von unseren Grünen abgesehen aber alle anderen samt und sonders Europa kritisch oder Europa unfreiheitlich sind und die haben einen hervorragenden Resonanzboden nämlich den Bulvar warum weil der Bulvar lebt natürlich von den Schlagzeilen von den Aufmachern von den einfachen von den simplen von den simplifizierenden Überschriften die daher Strache und andere die sind alle heißen Tag ein Tag aus von sich geben und der Strache lebt wieder von Bulvar und so ist das eine ziemlich unheilige Allianz für unsere Zukunft und daher sind die wirklich wichtigen und notwendigen Themen also eine wirklich in die Zukunft gerichtete Bildungspolitik die den Namen verdient sind ja Randthemen die Hauptthemen sind ja die Eislede und die Hauptthemen sind die aus meiner Sicht ziemlich abstrus verlaufende Debatte über Berufssoldaten oder nicht und das sind die Hauptthemen und das worum es wirklich geht wo wir nämlich unsere Bildungsaufgaben erlegen unsere Forschung wo wir in einem kleinen Land ohne Rohstoffe ohne Erdöl Erdgas aber mit einem großen Potential an Hirnschmalz dieses Hirnschmalz nicht ins Treffen bringen das sind die Möglichkeit aus meiner Sicht die großen Fragen und das muss auch drüber gebracht werden und wenn ich in der U-Bahn fahre und lese und sehe wie die Menschen dieses Heute in sich aufsagen und wenn jemand dann ganz ist heimlich so dass niemand sieht auch sein heute schaue was da eigentlich drinnen steht und wenn ich sage und der geht jetzt dieser arme Mensch acht Stunden lang arbeiten mit dem was er da aufgesaugt hat in seinem Kopf und dann am Abend geht er heim und am Leck hat er wieder diesen Schmarrn dann muss einem ja Angst und Band werden aber das kann man nur überprüfen indem die Leaders vorangehen und eben Alternativen auch dazu bieten und daher glaube ich gar nicht pessimistisch das kommt schon und ich glaube auch auf die nachfolgenden Generationen nur die nachfolgenden Generationen müssen rechtzeitig mit dem positiv konfrontiert werden worum es geht weil sonst sind sie nach einer gewissen Zeit keine nachfolgenden sondern schon etablierte Generationen und dann sind wir später das erfordert jetzt natürlich eine kurze nachfrage Sie sind natürlich bekannt dafür dass Sie Ihre Nachfolger nicht unbedingt kommentieren daher beginne ich jetzt mit dem Vorgänger Vorvorgänger Bruno Kreisler hat gemeint die Werbung für eine politische Idee oder überhaupt für eine Idee steht für ihn immer höher als die Werbung für eine Partei Sie haben jetzt gerade von den innerpolitischen Zwängen gesprochen denen natürlich die aktuellen Anziehhaber unterliegen Sie sind im Prinzip reif und Sie haben vorhin gesagt es gibt jetzt kein Patentrezept aber wie würden Sie versuchen so ein klares Bild zu zeichnen und was würden Sie raten wie kann diese Hürde überwunden werden Also raten würde ich gar nichts aber ich würde sagen die Werbung für eine Idee ist wichtiger als die Werbung für eine Partei und wenn das so ist dann ist gut wenn die Partei diese Idee hat Sie sind natürlich als Künstlerin bestrebt sich dann zu äußern wenn es heißt ohne Rücksicht auf Verluste das ist ich finde ein sehr schönes Motto Sie haben aber auch bekannt politisches Engagement kommt für Sie nicht in Frage wenn es einem opportunen Zweck gibt falls jetzt als politischer Mensch erweitert die von den ganzen parteipolitischen Machtstrukturen und den politischen Zwängen ausgenommen ist wie müsste Europa politisch gestaltet sein damit Sie sich hierfür überzeugt engagieren Ich bin auch eine Befürworterin Europas aber ich möchte an das anschließen ob wirklich Vernunft einkehrt Europa zu beurteilen zu erkennen um politische Situationen zu beurteilen zu erkennen bräuchte man eine andere Medienlandschaft ich finde unser wirklicher Diktator sind die Medien und was uns an Stupf sind und Blödheit und Scheinbefechten ununterbrochen über den Kopf und in den Kopf hinein gebeutelt wird das ist immer wieder für mich ein Anlass nahezu zu verzweifeln da komme ich wirklich mit meinem Wort trotzdem man kann überhaupt kaum eine wirkliche Haltung eine wirkliche Überzeugung eine wirkliche Meinung über Medien den Menschen bewusst machen das ist nahezu nicht mehr möglich und diese gesamteuropäische Art mit roten Teppichen und the winner takes it all und Events mit törichten Themen die eigentliche Brisanz auf Erden zu verschleiern und zu verdummen und zu verblöten das ist etwas das ich jetzt ob Europa oder nicht das mir immer wieder so quälend und wirklich auch oft sehr depressiv aufstößt es ist nicht nur das heute in der U-Bahn es sind auch wenn man so die Fernsehprogramme durchwandert es sind diese unzähligen Sendemuster die immer darauf aufbauen dass wir Menschen bei irgendetwas gewinnen müssen ein Star werden müssen dass wir Kleider aus Modehäusern tragen müssen dass wir heiraten müssen dass wir Kinder kriegen müssen dass wir Kunstprodukte sein müssen und ich glaube dass es mittlerweile ganz schwer geworden ist als Politiker wirklich diesen Dschungel beiseite zu schieben und dazustehen und der Bevölkerung wirklich etwas zu sagen ich glaube dass das nahezu nicht mehr möglich ist und wenn es einer irgendwo schafft dann ist das nahezu ein Wunder und man kann es dann nur schaffen wenn man wirklich sich diesem Zeitgeist nicht anbietet sondern ihn wirklich versucht beiseite zu schieben mit Geist aber wie soll Geist wirksam werden in einer Welt in der die Torheit siegt und für mich wäre so schön wenn Politik in der Lage wäre aber ich glaube das geht nicht auch das ganze mediale Instrumentarium zu verändern aber ich glaube das geht oder? politik in der Lage wäre das ganze Instrumentarium zu verändern das ist ein sehr ideale Instrumentarium gut ich möchte das trotzdem als kleine Brücke benutzen nämlich wir haben vorhin gehört das müssen die Regierenden tun manches müsste in das Denken der Regierenden hineinkommen und so weiter und so fort Herr Professor Gretzsch Sie haben Ihren Buchbeitrag über Franz von Witzke eingeleitet mit der Überschrift als eine große Koalition noch Ziele hatte ich denke es bestehen gegenwärtigang ist es einer Vielzahl von internationalen und nationalen Transformationsprozessen auch heute große Ziele möchte ich Sie fragen einerseits werden diese großen Ziele erkannt und zum anderen besteht es dann die Reformbereitschaft wenn man diese Ziele erkannt hat also ich muss sagen weil sie gesagt hat die Ehre bei der Nitzke ich wiederhole noch einmal nicht weil ich dem Herrn Bundeskanzler jetzt gewissermaßen streichen es war eine große Zeit und die Koalition hat etwas zusammengebracht damals und es war eine Mischung von Öffentlichkeitsarbeit und ich glaube dass sehr viel der Bundeskanzler hinter den Kulissen getan hat und dass die Stimmung auch für Europa und so weiter für die notwendigen Reformen damals nicht wirklich reformiert und heute wird geredet und man war auch schon zu viel ja beim Schwarzenberg gesagt ich kann das nicht mehr hören wenn ich ununterbrochen werde von Reformen die Leute werden ja ängstlich sie werden ja verschichtet wenn sie ununterbrochen reformiert werden sollen nicht mehr und ich glaube es kommt darauf an dass es gewissermaßen Fannenträger für diese Ideen gibt die notwendigerweise realisiert werden müssen und was mich so stört ist dass sicher die Bundesregierung sie ist nicht so schlecht wie sie gemacht wird bitte das möchte ich in aller Offenheit sagen was mich also wirklich sehr ich hoffe ich sage nichts Böses oder was die Wandlung die der Herr Bundeskanzler vollzogen hat bitte Stellungnahme ist so viel weitergegangen als der Vertreter jener Partei die Europa auf ihre Fahne geschrieben hat und das mit der Reto Keule und so weiter also das hätten sie schon sparen müssen sparen können nicht wir erkennen alles was notwendig ist aber dann spießt sich ich möchte sagen in den Fängen der Bürokratie der schlechten Traditionen die es auf diesem Gebiet gibt und der Interessengruppen die Interessengruppen haben heute manchmal gerade im Bildungsbereich den Einfluss der jede Reform jede notwendige Reform verhindert wir wissen alle was notwendig ist aber schauen Sie sich doch an heute ist man für die Gesamtschule morgen ist man dagegen plötzlich schwängt die ÖVP und keiner weiß warum sie das plötzlich von heute auf morgen tut es fehlt die Kontinuität es fehlt die Linie und es fehlt das Durchhalten man lässt sich treiben von Schlagworten bitte Bildungspolitik ist momentan hin und das wird ununterbrochen aber es wird wenig dafür getan wer sorgt dafür dass es die Betreuungslehrer für Nachmittag gibt und so weiter das sind ja alles kleine Probleme die gelöstet und der Teufel steckt hier im Detail und beim Detail beginnt es dann da kommt die gute österreichische Art wir verschieben das Ganze aber wir tun so und vor der Wahl werden irgendwelche Erklärungen abgegeben Europa wird sicher keine große Rolle darin spielen da bin ich heute überzeugt weil man einfach viel zu ängste ist die Bildungspolitik wird angesprochen aber geschieht dann nichts nicht wahr und die Handlungsunfähigkeit und dazu kommt noch meiner Ansicht auch und das müssten wir glaube ich auch hier kurz besprechen dass wir ja immer mehr Abschiedmann Verantwortung an die prädizitäre Demokratie mit der wird man langsam die Demokratie zusammenhauen wenn ich alles auf eine prädizitäre Basis schiebe die Regierung wird dafür gewählt dass sie vier Jahre oder fünf Jahre ihre Pflicht tut und das muss geschehen aber ich meine das kann das alles ununterbrochen in Volksbefragungen Volksabstimmungen und Volksbegehren und so weiter nur nicht die Ende schmutzig auch nicht sondern abschieben und sagen Gott will das Gottes Wille überdreht sich dann auch das Volk und so einfach sind die Dinge bitte nicht und das ist die Gefahr das haben wir nicht nur in Österreich sondern wir haben wir müssen darüber wir reden wir haben eine Demokratiekrise und wir müssen uns auseinandersetzen und wir müssen uns bitte vielen Dank vielen Dank vielen Dank für das Stichwort Demokratiekrise ich möchte jetzt noch zwei Aspekte eingehen bevor wir dann auch zu den Publikumsfragen bekommen Sie haben das jetzt schon angesprochen mit dem Abschieben der Verantwortung es gibt jetzt eine Vielzahl von Volksbegehren es gibt neue Parteien von jüngeren oder älteren Personen geleitet und es gibt scheinbar obwohl die Regierung nicht so schlecht ist doch eine Schwäche der Nosenkoalition der Wahlen an Sie die Frage jetzt Herr Dr. Freninski ist das ein tiefgreifender demokratischer Wandel oder ist das einfach nur die Folge dessen dass die Politik zu viele Themenfehler einfach umgesetzt lässt oder sind sie nicht ernsthaft gearbeitet Nein die Politik lässt sie nicht umgesetzt die Bundesregierung lässt sie umgesetzt und das ist einer der Hauptgründe warum es immer wieder Vorstöße gibt prädizitäre Entscheidungen durchzuführen und herbeizuführen also gäbe es eine kalkulierbare Bildungspolitik dann könnte ein Bildungsvolksbegehren unterbleiben oder wenn es trotzdem in Angriff genommen wird und es keinen besonderen Zustand finden gäbe es eine gäbe es eine sichtbare Industriepolitik im Sinn von Förderung von Forschung Entwicklung Erneuerung Innovation etc. dann könnte man erwarten dass die eine oder andere Überlegung von Industrie- oder Gewerbbetreibenden ins Ausland zu gehen doch noch einmal überdacht und überprüft wird und jetzt zum Schluss gäbe es nicht so viel Unbehagen über politische Entscheidungen dann gäbe es möglicherweise keine also unser Österreich oder wie immer diese Bewegungen heißen und es ist schwierig hier einen gütigen Befund zu abzugeben denn große Koalitionen überhaupt Koalitionen aber große Koalitionen im Besonderen bedürfen der 24-stündigen Arbeit an der Koalition an sich und man muss davon ausgehen und das ist ja gar nicht schlecht das auch demokratiepolitisch mitsteht dass die zwei Parteien die in einer gemeinsamen Bundesregierung sitzen ja trotzdem selbstständige Parteien sind und nicht der eine dem anderen ununterbrochen gleich sein möchte ich halte das für notwendig und für gut warum soll ich Sozialdemokrat sein wenn die Sozialdemokratische Partei immer nur das macht was die ÖVP will und warum soll ich christlichsozialer sein wenn die christlichsoziale immer nur das macht was die ÖVP will das ist unlogisch und unnatürlich und daher bedarf es glaube ich bestimmter Mechanismen und diese Mechanismen die muss man nicht neu erfinden die sind erprobt und erprobt sind sie dann oder erfolgreich erprobt wenn man einige handwerkliche Griffe berücksichtigt also beispielsweise Idee ich habe eine Idee ich bin ein Roter habe eine Idee und hole mir nicht den schwarzen Kollegen und sage pass auf was sagst du du dazu oder ich mache eine Pressekonferenz und bläst meine Idee hin so der Reflex ist logisch weiß Reflex sie sind sofort dagegen die haben überhaupt noch nicht Zeit gehabt nachzudenken aber die sind nur dagegen weil es von der anderen Seite kommt und wenn mit ihnen nicht gesprochen wurde und das wenn das jetzt jahrelang geht und es geht jahrelang dann sitzt die Bevölkerung und dann sagt sie sind ein bisschen beschockt sie stecken immer nur und kommen zu überhaupt keiner Lösung zu keiner gewissamen Lösung und dann kriegt der eine das blockierer Image und der andere kriegt das leichtsinnige Image die haben immer nur Ideen aber bringen sie eh nicht zusammen und das können sie durch die ganze Klamiatur der Innenpolitik von der Familienpolitik über die Asylpolitik bis zur Steuerpolitik und 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 wir brauchen Vermögensteuer Vermögensteuer okay habt ihr eine Mehrheit nein stimmt wer zu nein was macht ihr dann wir fordern und wie geht das weiter dann lassen die anderen schuldig werden aha unglaublicher politischer Prozess dann kommt die Frau Fächter und sagt der Eingangssteuersatz ist zu hoch 36,5% den Wohlstand 25% hervorragend alles applaudiert frage wie viel kostet antwort 5,5 Milliarden frage woher antwort weiß ich nicht so jetzt kommen die anderen schon das ist ganz einfach in Amerika kostet 100 Dollar es ist billiger als 100 Euro also daher machen wir jetzt Gegenvorschlag das bringen wir schon hin wir senken den Eingangssteuersatz von 35 36,5% auf 25% und finanziert mit der von uns beantragten Vermögensteuer ja frage wie viel bringt die Vermögensteuer antwort 500 Millionen das kostet aber 5,5 Milliarden also das alles habe ich Verständnis wenn der verständige Bürger sagt was dicht wir hier da auf ich kann das nicht verstehen und will es auch nicht verstehen und die Reaktion bei der nächsten Wahl werde ich dann können es halt alle diese Geschichten Denkzettel und nicht hingehen und weiß wehen und Strom abwählen und so weiter und dann darf er sich nicht wundern wenn die zwei Regierungsparteien nicht und nicht einen Dreier schafft und wenn ununterbrochen spekuliert wird in der nächsten Wahl 50% damit sie auch eine Regierung zusammenbrennen und da meine ich jetzt eine Koalitionsregierung ist nicht an sich gut oder schlecht sondern es ist immer die Frage wie man daran arbeitet dass sie auch als unsere gemeinsame österreichische Bundesregierung von zwei verschiedenen Parteien getragen aber letztlich im Interesse uns alle arbeitet das ist das Thema Herr Professor Klesche Sie würden sagen die Gründe die der Sozialpartnerschaft Zusammenarbeit das besser ist Konfrontation die hat es heute auch noch konjunktur könnte man das so sagen aber ich glaube wir sind wieder auf dem Weg zu einer neuen Form der Sozialpartnerschaft zu finden also ich habe nie ein Held draus gemacht dass ich das für einen schweren dort gehalten habe dass die schwarz-blaue Koalition alles getan hat um die Sozialpartnerschaft zu zertrümen das ist Gott sei Dank nicht ganz gelungen es sind einzelne Elemente herausgebrochen und wir sind heute wieder so weit dass wir glaube ich einen vernünftigen der Zeit angepassten Weg gehen können es ist kein Zufall dass der Präsident Leitner und der Präsident des Gewerkschaftsbundes jüngst in Paris fahren und die Verfolge Österreichs auf dem Gebiet der Beschäftigung junger Menschen aufgrund des dualen Systems und so weiter zu schildern dass wir uns in den sogenannten Sozialdialogien der Europäischen Union wieder eingeklinkt haben und das hilft nichts wir brauchen wieder die Sozialpartner natürlich nicht in jener Form dass sie glauben sie können sich anmaßen über alles und jedes zu bestimmen aber als eine Gesprächsplattform die nicht immer nur nach außen getragen wird ich meine ich komme aus dem Journalismus aber schnell langsam grausen für diesen Beruf kann ich nur sagen nicht wahr es wird es wird dauernd irgendwo wovon lebt der Journalismus heute ich habe das selber erlebt ich kann wenn man nicht weiß was man morgen aufmacht ruft man irgendein Politiker an er hat auf jeden Fall was zu sagen man hat früher immer gesagt in der Kurier am Sonntag kein Aufmacher der Helmut Sieg ist auf jeden Fall ganz gut irgendwas kommt immer heraus aber das kann es ja nicht sein es wird viel zu viel manchmal sollte man sich wirken kann das heute es gibt glaube ich in Afrika einen Stamm einen Negerstamm da wird auf einem nur so lang reden wie er auf einem Bein stehen kann es wird zu viel geredet man man müsste hier verbot geben dass ungeregte Eier begackert werden nicht man der Bundeskanzler mit Recht gesagt hat nicht weil der Bindungspolitik nicht man er sagt aus und er sagt einen Moment da kann ich mich profilieren und er sagt das Gegenteil nicht man und ich stelle eins fest immer dass diese Uneinigkeit und die nicht Konflikt Bewältigung wir machen in der Gesellschaft für Europapolitik relativ viel Meinungsbefragung da kann man auch distanz sein aber es gibt eine Substanz dass die Menschen an der Demokratie zu zweifeln beginnen weil sie sagen sie haben keine Problemlösungskapazität und das ist nicht nur national sondern der EU wird auch vorgeworfen dass sie in dieser Zeit den Eindruck eines hilflosen Wesens macht und man muss sich auch vorstellen früher sind Millionen erwähnt worden mit einem Schauer heute wird über Trillionen gesprochen als ob das ein Vorschein wäre und so weiter das kann ja nicht in das Gehirn hineinkommen in meines auch nicht in meines auch schon für mich ist das eine Schmere die sind nicht verboten nicht wahr aber Sozialpartnerschaft der Kollege glaube ich weiter und sie ist auf gutem Weg aber mir ist inzwischen etwas eingefallen wir sollten uns in einem Jahr wieder treffen so vor der kanzler die kanzler kanzler werden sicher da sein bei mir ist eine frage nicht wo ich sage nicht aber es ist sehr interessant sein was da kommen diese themen wie schaut die nächste bundesregierung aus wir bringen sie her und ich ein ganz gutes stichwort ich gebe meine letzte Frage die ich an Franz Franz verrichten möchte und zwar nämlich mit dem Stichwort der Demokratie zu zweifeln beginnt Sie benennen mehr Demokratie und auch Solidarität als die beiden Grundfesten einer Gesellschaft ich denke anhand dieser ganzen Eindrungen anhand dieses ganzen Wandels mit dem wir konfrontiert sind wie gibt es da einerseits die zu bewahren und andererseits politische Bewegung wie kann man die auch immer wieder aktualisieren ich würde sagen das Zeitwort soll nicht lauten kann man sondern muss man aktualisieren warum weil die Gesellschaft insbesondere in einer Zeit in der es keine nationalen Grenzen gibt und in der es keine Denkverbote gibt und in der wir über die digitale Revolution Zugriff und Zugang zu sämtlichen Entwicklungen auf der Welt haben sind wir täglich neu gefordert und ich meine überall dort wo Demokratie infrage gestellt wird auf dem Spiel steht bedarf es klare Haltungen der Entscheidungsträger und ohne weiteres auch grenzüberschreitend also ich habe das schon bei einer anderen gelegenheit gesagt ich finde es schrecklich dass Europa der Europäischen Union und die dortigen Entscheidungsträger nicht den Mund aufbringen zu den fantastischen Demokratieverletzungen im Mitgliedsland Ungarn kaum jemand sagt etwas dazu kaum jemand sagt etwas dazu ich glaube es werden ich glaube ich gestern weiß wurden Spruchbänder von dem ungarischen Parlament getragen in Bezug auf die wirklich nur mehr in rückständigen muslimischen Ländern anzutreffende Registrierung von Wählern wenn sie zu einem Wahllokal gehen das wird im zivilisierten Nachbarland Ungarn Mitgliedsland der Europäischen Union wesentlicher geschichtsträchtiger Staat in Zentraleuropa wird das per Gesetz eingeführt man würde sich das auch vorstellen also das ist wahrscheinlich ein sehr drastisches Beispiel aber ein wichtiges Beispiel dass man sich dagegen wenden muss dass man die Menschen die dort dagegen sind unterstützen muss dass man sich nicht verschweigen darf und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt Demokratieverfehlungen oder Demokratieverletzungen haben eine große Stärke und diese Stärke heißt das Steigen der Anderen und das haben wir so oft erlebt das haben wir bei Berluscon erlebt das erleben wir jetzt bei Orban das erleben wir schon lange Zeit bei Lukaschenko das erleben wir möglicherweise bei Berisha also die Beispiele gibt es ja und das heißt also Wachsamkeit und Klarheit in der Einstellung und da bin ich ganz bei meinem Professor wenn er sehr skeptisch hinüber der Mode der pläbizitären Demokratieformen eintritt und ausdrückt wir haben viele viele Beispiele das Hauptbeispiel für Volksbefragung oder Volksabstimmung etc das Hauptmangel besteht darin dass die Bürger Antwort geben auf Fragen die sich gar nicht stellen die gar nicht gestellt wurden der Namensgeber unseres Instituts hier hat wie wir uns noch erinnern die Zwentendorfer Abstimmung mit seinem eigenen politischen Schicksal verbunden und hat gesagt ich bin für die Atomkraft in Österreich wenn ich diese Volksabstimmung nicht gewinne dann verbinde ich das mit meinem politischen Schicksal in dem Moment ich erinnere mich genau hat niemand mehr in der Innenpolitik über Zwentendorf gesprochen sondern nur mehr über das Schicksal Greisgis und wie man losgeht in der Stadtbahnstation Nussdorferstraße da unten ist auf jeder einzelnen Stufe sein Sprachband gepickt da stürzt Greisgis und sein Ding ich weiß nicht wie viele Stufen da sind 35 oder 50 50 mal stürzt Greisgis und sein Ding jetzt kann man sagen gut der Greisgis hat sich nicht nur überlebt sondern hat sozusagen wieder gute Segel und den Wind in sein Segel bekommen die Wahl gewonnen aber wir haben kein Geist mehr und wer weiß wie das ausfallen würde und daher bin ich wirklich ganz besorgt wenn wenn sich eine breite Meinung in der Bevölkerung bildet die da ungefähr lautet eigentlich Politik was ist das schon eigentlich lasst doch die Experten entscheiden eigentlich wozu braucht man noch politische Parteien und ich bin wirklich traurig und was wenn sich die um die es geht nämlich die politische Parteien da nicht in der reifen und eine klare eine klare Position eine klare Ankündigung dagegen bringen was stellen Sie sich vor wir würden wir würden sozusagen ein entideologisiertes Leben politisches Leben in unserem Land oder in Europa aufbauen es gibt dann keine Ideologie mehr keine Gesinnung keine Weltanschauung sondern es gibt das sich unterwärtsen unter den Sachzwang des Experten ein fürchterliches Leben und ein Leben bei dem der einzelne Menschen nirgendwo anders hingehalten kann als unter die Räder und es hat in Deutschland ein sehr sehr böses Wort gegeben über die Sachzwänge und über die Experten die mit den Sachzwängen fertig werden und da hat jemand gesagt ein Politiker der sich nur dem Sachzwang unterwirft und der immer nur Expertenmeinungen umsetzt das ist eine Sekundärduge wo wird ein Konzentrationslager auch Erfolg erneinen könnte und das bitteschön ist nicht übertrieben und daher nehme ich zu dem jetzigen Diskussionsstand mit auch aus dem Off immer wieder dagegen aufzutreten dass wir unsere Demokratie in Frage stehen und dass wir unsere parlamentarische Demokratie nicht in Frage stehen lassen dürfen wie viele Mängel sie haben waren weiter für politische Parteien für Politikerinnen und Politiker mit einer klaren Gesinnung Wähler am Schlau und noch genug zu tun wir sind jetzt schon mit etwas mehr als einer Stunde ziemlich fortgeschrieben in der Zeit daher jetzt die Gelegenheit um Fragen aus dem Publikum zu stellen bitte nur kurze Fragen und keine Frage verraten aber nur ist mit Annehmer wo gibt es welche bitte Herr Bundeskanzler Sie sind Finanzexperte seit Jahrzehnten es wurde heute über die Demokratie und die Gefahren einer Demokratie Schwäche gesprochen wir sehen die Finanzwelt wie sie die Länder beherrschen ist das eine große Gefahr dass die Demokratie geschwächt werden durch die Demokratie ich will sagen es anhellen zu meinen freiwilligen betragen und es dann werden die aus Polen geben anhellen die 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 Ja, ich bin der Genoss Wetterlich und ich begleite unseren Dr. Farnitzki schon seit 32 Jahren. Ja, er hat in Preiskirche, wie wir damals beim Freien-Meter-Sammlung, den Bundesausschuss, da hat Dr. Farnitzki damals einen Wirtschaftsvortrag vorgetragen, wo wir sehr lange drüber nachgelacht haben, für uns lieber. Aber wir, ein paar, drei, vier waren es, wir haben diese Idee durchgesetzt und dann weitergebracht. Aber nur eines, was ich jetzt nicht versagen möchte, ist das, dass Dr. Farnitzki Arbeitsplätze geschaffen hat, zum Beispiel in Dernitz, ist die Industrie aufgelöst worden, die Kaplan der Wiener, die Rohrerzeigung, die hochqualifizierte Technologie usw. ist total aufgelöst worden. Und Dr. Franz Farnitzki hat das über sein Büroraus wieder aufgebaut. Und dann, in Kärnten, wird sich verkirchen, das ist eigentlich gleich, die hat sich in Stürten, hat er drei Betriebe, Fahrgastplätze finanziert, aber die erhalten und alle leben davon. Das möchte ich sagen. Das ist zukunftsdenkende Politik. Und das fehlt uns heute allen. Danke. Danke. Ich hoffe, dass es auch erlaubt ist, eine Bitte zu äußern und nicht nur eine Frage zu stellen. Bitte. Dann wähle ich den Vorschlag von Herrn Prof. Gräschi aufzugreifen. Die Bitte richtet sich an das Podium und auch die Veranstalter treffen einander. Gut, wir werden es schon mehr. Ich hätte auch eine Frage zum Bundeskanzler. Und zwar, weil wir das 1991 angesprochen haben, noch ein bisschen weit zurück, 1986. Österreich war außenpolitisch für mich stark isoliert. Und heute Morgen erkennt sich, wie haben Sie jetzt als Bundeskanzler Österreich vertreten? Ich bin bei Malte Meier, wo es auch der Watch ist. Wie war das Verhältnis, wenn man startet, wie wir haben, gezählt auch die Bundeskanzler. Gut, dann nehmen wir uns nochmal eine vierte hin und dann schreibe ich zur Beantwortung. Ja, Verzeihung, keine Frage. Aber man muss aufwachen. Ganz kurz nur. Ich habe in meiner Jugend, das vor 50 Jahren gelernt, 60-jährige Menschen sind alte Menschen. Heute habe ich die Alter der Anwesenden gehört. Das sind keine alten Menschen. Das sind junge Geister, aber dermaßen hoch intelligente Geister, dass es am Mund offen bleibt. Und ich bin stolz, Ihnen zuhören zu dürfen. Und eines ist klar, es ist eine Freude zu hören, dass es solche Menschen in Wien gibt, das ich so liebe. Und da sehe ich nur positiv für Wien und für Österreich, wenn es solche Geister gibt. Und das wollte ich auch so. Ich habe eine Frage an den Bundeskanzler und Sie haben gesagt, dass die Öffentliche Bankensektor in den 80er Jahren einer der wichtigsten Karriere-Höhepunkte war. Und daher würde mich interessieren, wie Sie dann so stehen, dass die österreichische Bundesregierung jetzt die Hypo-Alpa-Adria und die Kommunalkredit- und andere Banken Unterstützerinnen letzten haben. Gut, dann werden wir den ersten Teil der Frage mal beantworten und dann noch zwei, drei Punkte. Dann werden wir den zweiten Modell an. Gehe ich zurück als Podium. Das meiste Dinge, Herr Dr. Farniski-Punkte. Ja, danke schön. Die internationalen Finanzmärkte, all das, was sich auf diesem abspielt, ist eine große Gefahr. Das ist eine große Gefahr für die Demokratie, aber insofern für die Demokratie, also eine große Gefahr für die Krisenberechtigung in den verschiedenen nationalen Volkswirtschaften ist. Und auch eine große Gefahr, weil sie aufgrund ihrer Möglichkeiten, also die heutige digitale Situation, die weltumspannende Vernetzung der Finanzmärkte, deshalb eine große Gefahr ist, weil sie sich im Großen und Ganzen staatlicher Regulierung entzieht. Und jetzt ist ja eine sehr naheliegende Antwort, okay, wenn das so ist, dann, liebe Staaten, verstärkt doch die Regulierungsanstrengung. Und hier stottert der Motor gewaltig. Warum? Weil die einzelnen Staaten, insbesondere die mit großen Finanzmärkten, ganz unterschiedliche Interessen haben. Ich greife nur ein Beispiel heraus. Großbritannien hat über die Jahre und Jahrzehnte fast sein gesamtes industrielles Potenzial eingebüßt. Also, wenn wir uns erinnern, die Kriegen waren immer ganz großartig im Automobilbau, im Maschinenbau, im Lokomotivbau und so weiter. Das ist alles weg. Als ich begann, bewusst tätig zu sein, habe ich ab und zu nach London fahren können. Und da gab es nur englische Autos. Heute, wenn sie durch London geht, gibt es kein englisches Autos mehr. Und wenn ein englisches Auto, dann fährt es kein Engleter mehr. Was ich, der Jager gehört am Japaner, der Ford gehört den Amerikanern oder den Deutschen. Und so kann man das fortsetzen. Erstens. Zweitens haben die Briten in einer wirklich fulminanten Art und Weise es verabsäumt, ihre Infrastruktur intakt zu halten. Also die Eisenbahn und selbst die U-Bahn in London hat einige moderne Strecken, aber der Großteil ist veraltet. Das Elektrizität, unsere Eltern, unsere Eltern. So, weil das so ist, muss sich ja jetzt der britische Problemminister überlegen, wie kriege ich eigentlich Wirtschaftswachstum zustande. Und dieses Wirtschaftswachstum bekommen Sie, indem Sie den Finanzplatz London, den wichtigsten der Welt, möglichst expansiv gestalten, ungestört lassen und alles unternehmen, dass dieser Finanzplatz London, denen die großen Wachstumsraten, das ist ohnehin gesamtgeschäftlich doch bescheiden, sichert, dass dem nichts passiert. Daher sind die Briten, gehören den Amerikanern und anderen, zu den großen Vorkämpfern gegen eine international abgestimmte Regulierung der Finanzwächte. Selbst in Staaten, in denen das nicht so gesehen wird, werden immer wieder neue Finanzinstrumente entwickelt, die an ohnehin nur bescheidenen Regulierungen ohne weiteres vorbeigehen oder unten durchschlüpfen. Also alle Terrivate oder nicht so technisch zu werdenden Hashfonds und so weiter. Also die Antwort ist, ja, es ist eine große Gefahr. Ich sage nur zum Abschluss ein einziges Beispiel. Nennen wir eine österreichische Firma Andritz. Andritz, unter anderem baut Andritz Papiermaschine. Eine Papiermaschine ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, riesengroß, technisch sehr komplex und bedarf wirklich großen technischen Wissens. Nennen wir auch an Andritz, gewinnt die Ausschreibung für eine Papiermaschine in Singapur, wie ich noch so sagen. Dann ist der Vorlauf, einmal die Angebotslegung, die technische Aufbereitung und so weiter, das dauert viele Monate. Dann kriegen Sie den Auftrag. Dann müssen Sie beginnen, diese Maschine in Andritz zu bauen. Das dauert wieder mehrere Monate. Wir sind schon bei eineinhalb Jahren ungefähr. So, dann ist die Endlich fertig. Was wird dann geschickt, dann müssen Sie es wieder zerlegen, dass Sie die riesige Papiermaschine nicht transportieren können. Dann müssen Sie zerlegen, auf ein Schiff bringen, also von Andritz gibt es noch kein Schiff, wo ich drehe, keine Wege oder der Eisenbahn, nach Coppa, von Coppa nach Singapur. Und das dauert wahrscheinlich zwei Monate. In Singapur müssen Sie es wieder zusammenbauen. Bis diese Papiermaschine in Betrieb geht, und es ist der erste Bogen, Nassgerätpapier oder Irgendwas, Zeitungspapier, der herauskommt, dauert es gut und gern zwei Jahre. So, aber die Papiermaschine kostet, Waxhaus kostet eine Papiermaschine, 50 Millionen Euro. Sagen wir es. So, vielleicht mehr. Und jetzt sitzt der Buchhalter oder der Finanzchef bei Andritz dort und fängt an, also nicht nur zu kalkulieren, das hat er schon vorher gemacht. Jetzt geht es weiter. Wann zahlen die? Welche Zahlungsziele wurden vereinbart? In wie vielen Rachen? Wie die Zinsen? Und wie finanzieren wir das? Wir brauchen ja Geld, wie Andritz. Wir müssen eine Bank oder werden die Banken einschalten, damit man in der Zwischenzeit das Gerstchen überhaupt noch in die Steuerbank bringt. Das dauert wieder ein halbes Jahr. Jetzt sind wir mit 50 Millionen schon zweieinhalb Jahre unterwegs. Forget it. Der Finanzmanager irgendeiner Bank irgendwo in der Welt braucht für den Transfer von 50 Millionen Euro von Graz nach Singapur 10 Millionen Euro. Wenn das braucht überhaupt. Wenn es so lange dauert. Das heißt, wir haben die Diskrepanz zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft, dass ein Brockengeld auf der einen Seite zwei bis zweieinhalb Jahre dauert, bis das überhaupt irgendeinen Sinn macht, den finanziell. Und der andere Sitz macht. Und die Sindakur sitzt, sein Kollege trinkt am Knopf und überläuft das nach Tokio. Und der Tokio meldet nach Rotom und jeder verdient, was weiß ich, ein halben Prozent, ein ganzer Prozent. Und daher machen die das so gerne. Ein unfassbarer Kreislauf, natürlich ermöglicht, durch unsere digitale Welt, also durch den Computer, früher haben sie das auch gemacht, aber da haben sie mit der Kugelrechnmaschine gerechnet und telefoniert und telegrafiert oder was weiß ich, ein Telegram geschickt. Also, Entschuldige, diese lange Reaktion, ja, ist heiklig, ist gefährlich. Weil sich das vor unseren Augen oder hinter unseren Köpfen abspielt, ohne dass wir viel der Tektung werden. Arbeitstrebs zu schaffen. Ja, die Politik, die Regierung kann helfen, Arbeitstrebs zu schaffen. Ich muss allerdings sagen, diese Beispiele, so sehr viel mich freuen. Ich bin heute vor 20 Jahren gewesen und die Welt hat sich sehr rasch geändert und ich habe Respekt vor jedem Bundeskanzler, vor jedem, nicht, aber vor den meisten. Das geht heute auch nicht, ging heute auch nicht mehr so. Aber oft gelügt ja schon ein gewisses Interesse und das Aufbauen von Rahmenbedingungen für das Wirtschaften, für das industrielle Wirtschaften, für die öffentlichen Wirtschaften, 1986 war eines der kompliziertesten Jahre für die österreichische Innenpolitik im Allgemeinen und für die sozialdemokratische im Besonderen. 1986 sind einige Ereignisse ins Land gegangen, der damalige Bundeskanzler Dr. Sinowatz war auch noch als Nachwirkung zu dem nicht gebrauchten Kraftwerk in Heimburg unter politischem Druck. Wieso unter politischem Druck? Wenn die Gewerkschaften haben erwartet, dass dieses Kraftwerk gebaut wird, Arbeitsplatzsicherung, Energiesicherung, etc. Und die damals aufkeimende Grünbewegung, 1984 Heimburg war mehr oder weniger die Geburtsstunde der Grünbewegung, neißner, blauer, neining und andere. Das heißt, der Bundeskanzler Sinowatz ist von zwei Seiten unter Druck gesetzt worden. Auf der einen Seite haben die Gewerkschaften gesagt, wir haben so oft auf dich vertraut, dass du dieses riesige Kraftwerk baust, damit der österreichischen Bauwirtschaft ein gutes Referenzobjekt lieferst, energiepolitisch etwas unternehmst und so weiter. Und du Sinowatz hast mich enttäuscht. Es war so drastisch, wie sie das ihm mitgeteilt haben. Und auf der anderen Seite war natürlich nicht nur die Grünbewegung an sich, sondern viele andere Menschen, die ökologisch begannen zu denken. Und gesagt, naja, ist das aber nicht wirklich wahr, was die da sagen, wenn man da eine riesen Staumauer baut, dann hat man so und so viel Quadratmeter überschwemmt und so und so viel Natur und die Fauna und die Flora und die Fischlein und so weiter. Also alles wird gleich verschwinden. Das war der eine Druck für den Bundeskanzler. Der zweite Druck war die aufkeimenden, sozusagen vor der Tür stehenden Prozesse im Zusammenhang mit Lucona und mit Horikon. Auch nicht angenehm für, sehr unangenehm, für die damalige Bundesregierung, im Allgemeinen für den Bundeskanzler, den Wienerminister, im Besonderen. Drittens waren sozusagen die konkreten Auswirkungen der Stahlkrise, sodass die Fürst Albine und andere erzeugende, metallverarbeitete Unternehmen stark unter Druck geritten und sogar in ihrer Existenz infrage gestellt wurden. Eine unfassbare Situation für alle Menschen, die A mit der Industrie zu tun haben, ehe Familien, wo die Familien, Väter oder auch die Mütter in diesen Unternehmungen gearbeitet haben und dazu die Schande und Geschlechter, die sind ja noch untertrieben, dass die Sozialdemokratie für das öffentliche Eigentum an Industrieunternehmungen stand und dafür verantwortlich gemacht wurde, dass die nicht revisiert haben. Und über das alles kommt dann die verlorene Bundespräsidentenwahl, wo der Bundesminister Steiner gegen den ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen Waldheim kandidiert und verloren hat, mit all den, wahrscheinlich erinnern sich noch viele, bedeutenden Begleitumständen, nämlich eine wirkliche Spaltung des Landes, und zwar nicht einmal in erster Linie politisch, weil Waldheim hat ja politisch nichts dargestellt, sondern die Spaltung entstand deshalb, weil es den Unterstützern Waldheims gelangt, in der Bevölkerung einzupflanzen, wir lassen uns vom Ausland nichts reinreden, wir wehen, wenn wir wollen, haben sie zuvor klakadiert, wir wehen, wenn wir wollen. Der Boulevard hat sich angehegt, wir wehen, wenn wir wollen, Steiner war auf verlorenen Posten, und der Bundeskanzler Sinowatz und etliche seiner Regierungsmitglieder haben den Wahlsieg Waldheim zum Anlass genommen, zu sagen, wir waren im Wahlkampf so gegen ihn und so ausgebogen und wir haben uns noch nicht verabschiedet von den Vorwürfen an ihn, dass er in seiner Wehrmachtstätigkeit am Balkan unter Umständen Übles getrieben hat. Also wir können und wollen unter diesem Bundespräsidenten nicht mehr Mitglieder der Bundesregierung sein. Das waren dramatische Wochen und Monate. Und nachdem Sinowatz das erklärt hat, was ich Ihnen jetzt geschildert habe und das alles mitgemacht hat, hat er mir angeboten, sein Nachfolger zu werden. Und das war im Juni 1987. Und wir hatten damals eine kleine Koalition SPÖ-Freiheitliche. Der Exponent der freiheitlichen Partei und der Vizekanzler Norbert Steger. Norbert Steger, wenn man etikettieren möchte, kann man sagen, er war ein liberaler Freiheitlicher, im Gegensatz zu dem, was Haider verkörperte, ein nationaler Freiheitlicher. National ist nicht deutsch-national, liberal ist nicht der Gegenteil. So, das kam der September. Und das ist immer noch über 86. Das ist die 58 Krieten, die aneinander bieten. Und dann hat der Parteitag in Innsbruck und da haben die den Haider gewählt und den Steger unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen und sehr unschönen Bedingungen, er wurde beschimpft, seine Frau wurde beschimpft und so weiter, abgewählt. Das war am 13. Juni, am 14. September, habe ich den Herrn Bundeskanzler Geiste angerufen und gesagt, du bist der Architekt der kleinen Koalition, ich will dir das sagen, ich bin mir sehr leid, aber ich bündige Sie auf, ich mache Sie nicht weiter. Und der Geiste hat gesagt, das ist eh jetzt eine andere Partei. Und so war es auch. Und so, dann hatten wir eine Wahl, die haben wir knapp gewohnt und dann ging es los, Bundeskanzler Leih und Waldheim. Und es war wirklich eine, ich bedanke mich für die Frage, aber dann rufe ich dran, weil es sie nicht ist. Es war eine wirklich verzweifte Situation. Wir haben, kaum ein Regierungschef eines anderen Landes wollte Österreich besuchen. Wir waren das aber nicht, wir waren eine ganz neue, junge Regierung. Wir wollten natürlich, dass dann die anderen daherkommen und mit uns auf gleicher Ebene und auf Augenhöhe verhandeln und handeln. Wir sind nicht gekommen, einige sind gekommen, aber die haben gesagt, die kommen nur, wenn wir unser Treff in Innsbruck und in Salzburg machen können. Weil wenn sie nach Wien gekommen wären, hätte es das Fotokoll oder die Klebsverwand, dass sie auch den Bundespräsidenten besucht hätten. Und es wollten die, sagen wir mal, uns in Innsbruck und Salzburg nicht auf. Kompliziert genug, aber es ging. Und dann haben einige österreichische Medien, allen voran die Zeitung und die Presse, begonnen, den frischgebackenen Bundeskanzler, in den Humboldt-Dosen aufzutragen, in Amerika alles zu unternehmen, dass der Waldheim von der Watschlüsse heruntergenommen wird. Der Waldheim wurde auf die Watschlüsse gesetzt, wegen der Vorwürfe während seiner Wehrmachtstätigkeit am Balkan. Also, ich habe sowieso in Amerika Besuch geplant gehabt, und bin natürlich auch hingereist, und damals war der Präsident Reiger im Arm. Und ich habe dem Präsidenten Reiger gesagt, erstens, warum habt ihr das gemacht? Ihr seid die Weltmacht Nummer 1, wir sind kein kleiner Fisch in Mitteleuropa. Was hat das für einen Sinn, dass ihr euch da draufsetzt? Zweitens, ihr seid die Planarmacht unseres Staatsvertrags. Und ihr müsst ja auch ein bisschen daran denken, dass ihr diesen Staatsplan nicht einen Torz andubrennt. Und drittens, weiß ich von Waldheim, dass wir endlich in die USA einreisen gehen. Das war ein bisschen erfunden. Das war egal. Und der Reiger hat gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Sie, und nicht gegen das österreichische Volk, und nicht gegen die österreichische Republik, sondern wir haben nur was gegen den Waldheim. Und ich habe dann gesagt, das ist ja ernst, weil bei uns am Brunnen mag den Leuten. Was der Unterschied ist. Also, das war der Reiger. Ich bin dann noch einmal hingereist, und das zeigt das mal erfolgreich aus. Was aber dazu geführt hat, dass, so manche gesagt, der neuer Bundeskanzler, der erfüllt eigentlich die Rolle auch des Bundespräsidenten, hat nicht geschadet, aber ich war auch nicht so begeistert davon, weil viele Agenten und Funktionen, die der Bundespräsident hat, oder zu den Agenten, die der Bundespräsident hat, gehört schon manche etwas von Bundeskanzlerin, aber rein protokollarisch und so weiter, nicht besonders interessiert, interessiert auch nicht besonders Leute. Aber es ging halt so weiter und weiter. Dann, die Aufregung in Österreich hat sich nicht geprägt, das ganze 1987 war eine Aufregung, die, hier müssen Sie sich vorstellen, der Obmann der österreichischen Volkspartei, der Herr Dr. Alois Mock, ein wirklich glühender und überzeugter Antisozialist, hat er vor allem begonnen, die Sowjetunion zu wohnen. Weil die Sowjetunion hat den Waldheim anerkannt. Und die Araber, die arabischen Staaten, die immer nur im VRB, die waren so die, irgendwie die, die, ich glaube seinen Namen gehabt, die, haben Sie immer gesagt zu den Arabern? Einen unhöflichen Austausch. Einen unhöflichen Austausch. Da wird man sein, da fadern wir noch einen. Und auf einmal waren die die liebsten Freunde. Weil die, der Israel war für den Waldheim, und die Araber für den Waldheim. Und, Heckenschützen, oder so etwas haben Sie immer gesagt. Nicht egal. Also, der ÖVP, Obrach, hat sich total umgedreht, und, er war immerhin ein wirklich prononcierter West-Alobäer und, 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 westlicher, und hat auf einmal begonnen, die Amerikaner zu beschimpfen. Nur wenn der Seite. Und, ich habe das und alles nicht getan. Und, dann, um zum Schluss zu kommen, ist der Gedanke entstanden, eine Historiker-Kommission einzusetzen. Und diese Historiker-Kommission war beauftragt, nachzuforschen, ob der Dr. Waldheim während seiner Wehrmachtszeit am Balkan etwas Illegales getan hätte oder nicht. Diese Kommission, drei Historiker, einer aus der Schweiz, einer aus Deutschland, einer aus Österreich, glaube ich, ich weiß nicht mehr so genau, kam zu dem Ergebnis, es schaut alles nicht gut aus, aber wirklich handfestes, Illegales, aber eben nicht nachweisen und so weiter. Da die das aber nicht im, sozusagen im Zeremonie, in der Zeremonie, in Portwalder-Hofburg formuliert haben, da hat der Dr. Waldheim nicht recht. Da habe ich mitten in der Nacht angerufen. Er hat gesagt, bitte ziehen Sie diesen Gericht zurück. Da waren wir schon draußen in den Redaktionen. Also, ich hätte zurückziehen können, was ich wollte. Das hat jeder Mensch schon gewusst. Also, das habe ich dann nicht gemacht natürlich. Und es war wieder schlechte Stimmung, in dem Fall gegen diese Historiker Kommission, auch gegen ihn, wenn ich denen nicht verboten habe, was zu schreiben, was sie glauben. Jahre später, so wie Jahre, ich weiß nicht, kein zweites Mal kandidiert, dann hat er mich einmal angerufen und er hat sich immer verteidigt, indem er gesagt hat, er hat 1942, 1943 ja nur seine Pflicht getan, als deutscher Soldat. Und da hat er mich einmal angerufen, und das ist sehr gut, die Sie waren eigentlich zum ersten Mal heftig, hat er mich angerufen und gesagt, wissen Sie, ich hätte eigentlich nicht sagen sollen, dass ich meine Pflicht getan habe. Das war alles. Und dann wurde ich später einmal angerufen und gesagt, er zieht keine nächste Kandidatur in Erwägung. Und ja, und dann ist sozusagen eine gewisse Normalität wieder eingekehrt. Das war's. Vielen Dank, Herr Dr. 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 für die und spannende Beantwortung der ganzen Fragen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz in deinem Weg bewerten die Gelegenheit für ein Schlusswort geben. Frau Bruder, Herr Kretschel, wenn Sie noch ganz kurz etwas ans Publikum rücken würden, ansonsten würde ich die Diskussion abschließen. Ein Schlusswort, vielleicht so ein bisschen ein Appell, würde ich sagen, an das politische Geschehen überhaupt. Ich glaube, dass etwas verloren gegangen ist, nicht nur in den einen der Politiker, sondern überhaupt unter uns Menschen, das ist der Anstand. Und ich glaube, dass dieses Fehlen von Anstand und dieses Hörigsein dem, wo da schon sehr viel besprochen wurde, was der Markt mit uns tut. Also wenn wir über die Bildungspolitik, wenn dieses Wort immer wieder fällt, dann muss ich mir immer wieder selber sagen, wir müssten gebildeter miteinander umgehen. Und dieses Gefühl hatte ich gezeichnet und ganz verwendet, es geht einfach. Das war es. Ich könnte noch manche amüsantes Bemerkungen zur Klausawaltheim machen. Herr Bundeskanzler, ich erinnere mich, wir waren zusammen am 13. September, das war übrigens mein Geburtstag beim Kafka, am Abend in der Nacht um halb 10, glaube ich, ist die Nachricht gekommen, dass der Heidert, und da habe ich gesagt, was werden Sie machen, und das hat mich imponiert, Sie haben spontan gesagt, das ist keine Kollektion kaputt, aber wir lassen uns den Abend hier nicht verderben. Der weiße Altiker Hahn, ich hoffe, Sie sagen, es ist böse es jetzt, oder warum, hat erneut zu mir gesagt, wissen Sie, für alles, was man dem Waldheim vorwirft, ist er weder intelligent noch tapfer geht. Und der kommt aus einem ehrlichen Herzen, dass Sie Ihre Gesundheit pflegen, und dass Sie uns erhalten bleiben, als eine Stimme der Vernunft, bei Mahnung, wenn Sie ja wieder einmal vom richtigen Weg abwerfen. Sie sind nicht alt, so 75 ist überhaupt kein Alter, Sie haben noch viel vor sich, und ich bitte machen Sie von der Möglichkeit, das älter Statement reichlich gebraucht werden. Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr, nicht nur für diese Publik, die ich lieben wollte, von der Frau Bluha, von Ihnen, Herr Professor, und auch für euch, die diese Veranstaltung ins Leben gesetzt hat. Auch wenn ich erst 75 bin, habe ich auch schon Folgendes erlebt, wenn man nur anlebt, lernt man alles kennen, und auch das Gegenteil. Vielen herzlichen Dank, ich würde mich freuen, wenn wir uns tatsächlich in einem Jahr, spätestens in einem Jahr, wiedersehen dürfen, diese Konstellation, an die Damen und an die beiden Herren, am Podium bleiben Sie so gesund und fit, dass wir uns auch noch lange Jahre als älter Statement und kritische Begleiter der Politik begleiten dürfen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Kommen, und von vielen Weitlichern, Sie sind engagiert im Sinne Österreichs und auch im Sinne Europas. Tun Sie das bitte weiter, Sie haben ja die Appelle gewährt. Ich schließe ganz kurz mit Bruno Kreiske, er hat gesagt, es gibt kein unentrinnbares Schicksal für die Menschen, Sie selber sind die Träger dieses Schicksals in dem Sinne, ein Appell etwas zu tun. Die Diskussion sollte die Gelegenheit geben, dem anderen müssen nachdenken, gut zu geben. Ich hoffe, dass Sie es uns gewonnen haben, heute Abend. Ich danke herzlich für Ihren Kommen, und wenn Sie noch ganz kurz ein Frischern und Getränke haben möchten, das ist der Glück. Vielen Dank für die Anmerksamkeit. Vielen Dank für die Anmerksamkeit. Vielen Dank für die Anmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.